Fantastisch! Ein bisschen besser abzuschneiden. Wir gucken uns dafür einfach mal den Kampf an. Ich habe da 224.000 Gold und 118.000 Grog verloren. Das ist jetzt nicht die Welt, aber ich will natürlich gerne weniger oder nach Möglichkeit natürlich gar nichts verlieren. Er hat uns auch drei Sterne, quasi mit drei Sternen komplett vernichtet. Acht Freibeuter, neun Schützen, vier Schläger, einen Hexendoktor und zehn Zerstörer hat er benutzt. Ja, wir gucken uns das jetzt einfach mal an, würde ich sagen. Erstmal ganz kurz Pause, kurz orientieren. Also hier sehen wir ganz normal unsere Base. Das ist schon ein bisschen her. Da hatte ich noch nicht hier die Mauern und so. Da war ich noch auf Piratenversteck 6. Da war das Update aber kurz vor, knapp vor Ende, glaube ich. Müsste so vorgestern gewesen sein, wo ich da angegriffen wurde. Das heißt, ich werde schon nicht so oft angegriffen, aber wenn, dann will ich es halt, wenn es geht, demnächst ein bisschen besser verhindern können. So, wir wollen jetzt mal gucken, wie es losgeht. Er fängt hier an auf der linken Seite mit den Zerstörern. Das heißt, hier können wir uns erstmal auf diese Seite fokussieren so ein bisschen. Und dann wollen wir mal gucken, wie wir das hinbekommen oder was er gemacht hat. Er hat jetzt erstmal nur die Zerstörer abgesetzt, dann den einen Schläger da hinten, den einen Schläger halt links und hier unten noch drei. Ja, hat sich dann natürlich mit den Schlägern erstmal auf die Verteidigung. Ich weiß nicht genau. Die Zerstörer, die gehen ja auf alles. Ob die dann durch die Schläger irgendwie mitgezogen werden? Ne, ich glaube, die gehen einfach wirklich auf alles. Jetzt sind da hier schon die meisten Verteidigungssachen schon kapaut. Das ist nicht so gut gelaufen für uns auf jeden Fall. Die Freibeuter kamen auch direkt hinterher und die Schützen. Er hat eigentlich alles hier auf einen Haufen gebanzt. Eigentlich war das gar nicht so ein guter Angriff oder das heißt guter Angriff, aber auf jeden Fall war es, naja, relativ chaotisch. Und, ähm, ja, er hat jetzt hier den Bunker schon zerstört, ohne dass der Bunker einmal geschossen hat. Vielleicht sollten wir, weil den Bunker, den habe ich ja so geplant, dass der hier in die Mitte zielt auf die, äh, auf die Lager. Aber wenn die natürlich von hier unten kommen, dann müssten wir vielleicht mal den Bunkertausch oder drehen. Was ist denn, wenn ich den Bunker nach links drehe? Dann hätte er hier schon einige zerstört, weil er hat jetzt quasi, ist er ja hier geblieben. Beziehungsweise der Bunker war jetzt quasi da und hat quasi keinen Schaden gemacht, weil er nicht geschossen hat, weil die von links angegriffen haben und dann waren die gar nicht vor dem einen Bunker. Der eine von hier oben, der schießt ganz gut. Jetzt könnte ich da gleich mir auf jeden Fall mal was überlegen. Ich spule jetzt mal ein bisschen vor. Er war jetzt in der Mitte, hat jetzt die Verteidigung eh schon kaputt und konnte sich natürlich dann alles holen. Da hatte er natürlich dann jetzt leichtes Spiel. Wir können ja nochmal hier einen geilen Kameramodus. Für die Leute, die noch neu dazugekommen sind, es gibt hier so einen geilen Kameramodus, wo man sich die Angriffe halt so angucken kann. Das kannst du auch pausieren, das sieht einfach so geil aus. Jetzt hier die Kanone und so, aber hier kann ich jetzt leider nichts bewegen. Ähm, jedenfalls hat er dann quasi hier einfach alles zerstört. Aber aus der Nummer mit dem Bunker, da können wir auf jeden Fall vielleicht gleich was machen. Da muss ich mal schauen, wie wir das hinkriegen, wie wir den hinstellen auch, damit wir das sehen. So, er hat uns jetzt komplett zerstört. Ich mach mal eben jetzt vierfache Geschwindigkeit, damit wir da fertig werden. Naja. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Ach komm, weißt du was? Ich gehe zurück. Ist egal, wir haben ja eh verloren. So, das war jetzt quasi diese Situation hier. Die Piraten kamen hier von links. Und haben quasi hier versucht anzugreifen. Ich muss mal eben das hier weg machen kurz. Ähm, damit ich hier unten, hier will ich auf jeden Fall eine Mauer hinbauen. Ich hab ja die Mauern hier noch irgendwo stehen. Ja. Ich mach die mal kurz, ich teile die mal, dann kann ich hier eine Reihe wählen. Und nehm die mal mit hier rüber. Äh, drehen. Ach, jetzt kann ich die nicht dahin bauen. Jetzt muss ich die nochmal teilen. Äh, so. Nochmal ein Stück weg machen und dann die Reihe auswählen. Dann hätte man das schon mal hier hingestellt. Genau. Entschuldigung. Reihe auswählen. Dann machen wir das hier mal hoch. Ich muss die Base eh umbauen, wenn ich alle Gebäude gebaut hab, die ich bauen kann. Aber bis dahin lassen wir es erstmal so. So oft werden wir ja auch gar nicht angegriffen. Von daher geht es noch. Was ist denn hier eigentlich? Das ist die Statue, die können wir wegstellen. Das ist ja unsere. Und das ist ein Felsen. Der muss natürlich weg. Äh, da müssten wir aber mal eben dann schauen, dass wir das gleich mit einem Arbeiter machen. Wenn ich jetzt die Reihe auswähle und die mal hier runterziehe, muss ich gucken, ob das schon so hinpasst. Nein, natürlich nicht. Äh, ach, jetzt kann ich hier. Ich hab die Base ein bisschen scheiße an den unteren Rand gebaut, dass ich da nie die Sachen gescheit weiter unten hinbauen kann. Das muss ich auf jeden Fall noch beheben. Mein Gott, ey. Aber jetzt haben wir das auf jeden Fall hier unten schon mal ein bisschen eingezäunt. Ich weiß gar nicht, wir können den Felsen natürlich benutzen. Da können die wahrscheinlich ja nicht durchlaufen. Oder ich weiß nicht, ob die dann nebenher laufen können, wenn wir das so dahin stellen. Ähm. Wir müssen es immer mal ausprobieren. Weiß ich jetzt so gar nicht. Auf jeden Fall haben wir jetzt dann schon mal hier ein bisschen eingezäunt. Hier unten durch das Flammentor können sie natürlich durchlaufen. Weil diese Verteidigungsanlagen natürlich auch ein bisschen geschützt werden müssen noch. Ähm. Die Sache ist, das könnte ich tun, indem ich glaube ich einfach mal den Bunker drehe. Wenn die jetzt von da kommen, würde der Bunker auf jeden Fall auch die Eindringlinge vernichten. Der hier oben deckt ja noch die Lager ab. Was wäre denn, wenn ich den... Den noch mit dem Bunker tausche. Warte mal. Mal so. Das ist natürlich auch noch eine Möglichkeit. Das ist ganz gut, glaube ich. Ähm. Ich müsste allerdings die Kanone mal einzäunen hier, ne. Kann ich hierher? Kann ich hierher? So. Hier ist ja noch Zaun, den ich... Also Mauer. Natürlich nicht Zaun. Den ich noch nicht benutzt habe. Dann würde ich die Hütte mal hier rüberschieben. Reihe. Und dann ziehen wir das mal hier dran her. Weiter unten kann ich jetzt leider nicht, weil hier Ende ist quasi. Aber das ist doch schon mal so ganz gut. Dann mache ich das hier hin. Äh. Nicht die Mauer natürlich. Sondern die mystische Mine. Und ziehe die Mauer noch. Quasi mal hier hin. Oh, das ist ja ein zu lang oder was? Zu lang. Machen wir noch einen weg. Oder wir nehmen die Reihe. Hoppada, drehen. Zack, da hin. Dann ist die Mauer, äh, die Kanone schon mal eingemauert. Der Mörser, ach, der Bunker schießt immer noch hier vorne auf die Sachen, wenn die auf die Verteidigung gehen. Durchs Flammentor. Ist das eigentlich... Das muss ich nochmal nachladen, ne. Alle aufladen, ja. So. Ähm. Das sieht doch schon mal ganz gut aus, würde ich sagen. Oder wie ist... Was meint ihr, wenn wir das jetzt so haben? Ach, mein Lager ist auch schon wieder voll. Ich muss, wenn ich jetzt den Arbeiter habe, auf jeden Fall mal... Hier, komm. Wir müssen erstmal Gold loswerden. Wir müssen erstmal Gold loswerden. So. Hier auch. Das ist ganz gut. Da kann man auf jeden Fall ordentlich auf die Kacke hauen mit dem Gold. Äh, damit das wenigstens mal... Vernünftig benutzt wird. Das hier schon mal alles auf einem Level. Reihe. Oh, das kostet jetzt schon so viel. Okay, das können wir nicht mehr machen. Hier ist noch ein Stück. Das können wir noch bauen. Dann haben wir das auch schon mal fertig. Das können wir auch mal zusammen irgendwo jetzt hinstellen. Oder ich mach das einfach hier hin. Ist egal. Das, äh... Müssen wir mal gucken, wo wir den Schniepsel noch hinbauen. Habe ich jetzt alle Mauern ausgebaut? Nein, hier sind auch noch welche. Äh, da können wir auf jeden Fall schon mal das Gold verbraten und demnächst wieder in Ruhe farmen. Alter, jetzt ist das natürlich schon hier. Das ist natürlich schon ein dicker Klotz jetzt hier, diese Mauer. Level 6. Die anderen sind jetzt noch auf 5. Naja. Die Sache ist, jetzt müsste ich theoretisch hier oben noch dicht machen. Nehmen wir mal das hier von da hinten. Komm. Das ziehen wir uns mal noch hier rüber. Und bauen das mal hier hin. Und da müsste doch jetzt noch so ein Schniepsel sein. Ja. Komm. Und den ziehen wir noch hier hin. So, ist jetzt theoretisch jetzt nicht sonderlich schön, aber wir haben es einfach mal so da stehen. Ich weiß nicht, ob das Flammentor hier unten wirklich gut ist oder ob es da sinnvoller ist, eine Mauer einzubauen. Aber wenn die da durchlaufen und Schaden kriegen, wäre es natürlich schon mal nicht verkehrt. Jetzt haben wir das so, der Turm hier, der muss natürlich noch abgegradet werden bei Gelegenheit. Und ich habe jetzt ausnahmsweise mal mehr Grog im Lager als Gold. Da können wir noch einen Angriff bei Gelegenheit machen. Aber ich werde euch auf jeden Fall in der nächsten Folge noch einen fetten Angriff zeigen. Da hatte ich nämlich 712.000 Gold und 820.000 Grog. Und da drunter 695.000 Gold und 400.000 Grog. Die Angriffe zeige ich euch aber in der nächsten Folge. Diesmal sollte es ja eher um den Umbau gehen und so weiter und so fort. Damit das auch die Leute in der nächsten Folge sehen. Damit ich die auch irgendwie dann nach Lupe nennen kann oder so. Werden wir das in der nächsten Folge machen. Ich muss erstmal jetzt gucken. Truppen habe ich fertig. Wir können, was habe ich denn hier drin? In dem Laden. 50 Freibäute. Das heißt, wir können mal eben das Schiff noch losjagen. In die Weiten der Karte, der Meere. Mal gucken, ich mache irgendwas Längeres einfach mal. Flöp, hier unten runter. 5 Stunden ist okay, würde ich sagen. So, zack, zack. Und dann würde ich sagen, sind wir auch am Ende der Folge angekommen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen, dass ihr vielleicht auch eure Verteidigung ein bisschen anpassen könnt. Das ist halt die Sache. Da würde ich auch wirklich drauf achten mit diesem Bunkern. Die schießen halt nur in eine Richtung. Und wenn die so stehen, dass die sofort zerstört werden. Auch wenn sie vielleicht das andere nicht beschützen würden, dann bringt es ja theoretisch nichts. Und ich glaube, dieser hier, der wird hier weniger zerstört, als wenn ich ihn da in die Richtung schießen lasse, wo er eben stand. Wir werden es sehen. Wenn ich hier mal angegriffen werde, kann ich es euch zeigen. Die Kanone hier ist auch noch relativ mittig. Ich weiß nicht, ob ich das vielleicht noch tauschen sollte. Ist das beides Zehner, ja. Aber gut. Wenn ihr eben noch irgendwo Fehler entdeckt in meiner Verteidigung, da könnt ihr mir vielleicht auch nochmal Bescheid sagen. Damit ich das noch verbessern kann. Ich werde... Ich habe übrigens eine neue Taktik überlegt letztens. Die war ganz lustig. Da habe ich die Angriffe schon mitgemacht. Das hat auch ganz gut funktioniert. Ich mache einfach nämlich von allem etwas. Ach ne, die wollte ich gar nicht. Ich wollte mehr schützen. So war es. Und dann noch ein paar Schläger. Das war eine ganz coole Taktik. Da habe ich nämlich auch ein paar Angriffe mit gestartet. So, jetzt sind wir erstmal am Ende. Ich würde sagen, ich bedanke mich für das Zuckung. Gebt einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr, wie gesagt, noch ein paar Tipps habt, was ich hier noch verändern kann. Ich weiß, ich muss die Base sowieso noch umbauen, wenn nicht hier oben. Hier stehen ja noch die Kanone und der Turm. Die muss ich beigelegen. Ich komme hier, mache ich starte ich schon mal eben. Die muss ich ja sowieso noch verbessern. Und sobald ich dann alle Gebäude habe, die ich bauen kann und die auch dementsprechend abgegradet habe, die Verteidigungsanlagen, werde ich die Sachen, ich stehe mal die Mauer noch hier rüber, werde ich die Sachen auf jeden Fall dann einbauen und die Base umbauen. Aber ansonsten, bis dato bin ich eigentlich ganz zufrieden damit. Ich werde eh relativ selten angegriffen. Okay, der eine hat mich jetzt auch zerstört. Aber mein Gott, kannst du halt nicht immer verhindern. Dafür kriegt man ja auch relativ schnell wieder Loot. Also sollte das schon passen. Also wie gesagt, ich bedanke mich jetzt fürs Zuckung. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, macht's gut und tschüss. Bis dahin, macht's gut und tschüss.